Guten Tag, ich heiße Kai Schäufler, bin Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie an der Eskliplos Klinik Schildertal in Sesen. Wir bieten das gesamte Spektrum der Neurochirurgie an, behandeln schwerpunktmäßig Tumoren des zentralen Nervensystems, also Hirntumoren, sowohl gut als auch bösartige, behandeln vaskuläre Erkrankungen, sprich Blutungen, Gefäßmissbildung des Gehirns und des Rückenmarks, sowie auch sämtliche Formen von Wirbelsäulenerkrankungen, besondere Expertise liegt im Bereich der Behandlung von Hirntumoren, sowie insbesondere auch Akustikusneurinom, beziehungsweise vestibularisch vernommen und auch zum Beispiel von Schmerzsyndromen wie der Trigemnusneurochirurgie.